Meine Füße kratzen so aaaah! Au! Ich gucke es dir doch an! Ach Schatz, man, du hast es aber auch echt nicht! Hä, wie geht es denn? Meine Füße kratzen schon wieder! Aaaaaah! Aaaaaah! Boy, that escalated quickly. Damit heiße ich euch herzlich willkommen zu diesem Video. Ich klinge es auch, ich meine, ohne dass es brennt. Freunde, ihr seht es am Titel. Ich werde nicht den Crenchen TikTok stellen. Beziehungsweise wir werden heute TikTok-Tänze lernen. Weil so werde ich das niemals machen. Und ich hasse Tanzen abgrundtief. Leute, ihr seht mich nirgends wo Tanzen. Außer im Boot. Aber das ist schon eher so ein Boxen. Gut, tanzen kann ich nicht, das ist schon mal abgehakt. Heißt, ich werde niemals TikTok Hype bekommen. Was ist der nächste Faktor, um Hype zu bekommen? Matthä? Ähm... Die... Girls. Girls. Die Girls! Und da habe ich mir natürlich das niceste Girl von allen geschnappt. Diese Girls. Wir brauchen Tits. Die haben hier... Ah ne. Oh, oh, oh. Ich kann nicht mal den da. Matthä, erklär mal. Mit rechts im Halbkreis, mit links... Ich... So hart, ja. Kann mir nicht irgendwas hochwerfen? Ich bin nur in der Kette. Lass mich doch mal! Run! Alter! 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 Dieses Format beginnt ja jetzt. Somit hat jetzt auch erst mal Vivian die Tänze rausgesucht. Irgendwann werde ich ihr auch mal Tänze geben, die sie dann alleine machen muss. Irgendwann ich mit dem Arsch shaken oder sowas. Und sie dann natürlich bei mir auch, wo ich hoffentlich nicht mit dem Arsch shaken muss. Aber das wird dann in den nächsten Folgen kommen. Schreibt gerne auch mal in die Kommentare, falls ihr Ideen habt. Oder welche Tänze wir machen sollen. Vivian hat einen Tanz rausgesucht, wo man so... BAM! BAM! Girl! Ja, ich übe ihn jetzt erst mal, oder? Ja, okay, dann zeig mal. Aber wie ist denn das mit Kimma? Hätte ich jetzt gesperrt? Jeder übt jetzt für sich, dann lass mich mal ein bisschen platt. Kann ich nicht einfach die ganze Zeit im Hintergrund so stehen und du machst den Rest? Warte, wie macht die? Warte, wie macht die? Scheiße! Den raff ich irgendwie nicht. Ich kann mir das nicht merken. Also erstmal geht der Helige... Wir müssen das schon gleichzeitig üben. Einfach nur Quauke. So, anfangen an. Okay, erst mal den Erdenteil. Okay. Warum machst du denn nicht mit? Ja, Entschuldigung, ich mach mich nicht ready. Ich mach nicht mal. Sie nimmt das richtig ernst hier gerade. Ich check diesen Rucksack-Dinglich. Das ist doch wie, als würde man so einen Rucksack tragen, oder so. Ah, du machst... Guckst du... Irgendwo bin ich hier gerade gelandet. Scheiße. Guck mal. Du machst nach diesen... Wow-Dings machst du... Wow. Also ich mach... Nein, zwei. Zwei. Und jetzt... Also... Hast du glaubt? Nein. Ich hab' den Köln. Ich hab' den Köln. Ich hab' den Köln. Ja, war schon mal gut. Okay, let's go. Wir fangen doch mal an. Mit dem X-Köln. Fuck! Sie haben uns gerade gesehen beim Musik-Leam machen. Fuck! Das ist richtig peinlich hier. Das ganze Fenster ist auf und draußen laufen dann welche rum. Egal. Ich bin Fan bis auf YouTube. Komm doch mal. Hu-U-Pau-Pau. 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 Ja, das war doch gut. Ja, das geht... Ich kann das. Ich sieht zwar nicht so aus, aber ich kann das. Da, da. Uh, uh. Nein. Ja, wenn meins ein bisschen gestört aussehen... Aber du hast doch nicht so die ganze Zeit so gemacht. Die bewegen sich aber auch so cool. Ja, aber die... Ja, cool. Aber du hast... Mach' den nicht so groß. Mach' den auch so... Ich schlag' wie ich will. Ey, das ist... Boah, ich weiß gar nicht, ob ich das will. Ich will gar nicht so zu sehen sein im Internet. Okay? Du hast zehn Sekunden Zeit. Ist das gut? Ja, ich... Zehn Sekunden, um mir das Ganze hier zu merken? Rechts, rechts. Du, 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 du. I'm finished. I'm finished. Jetzt hab' ich doch richtig gekackt. Huuu. Huuu. Aber guck mal, ich bin so Dinosaurier. Was? Äh. Hauptsache, ich steh' cool da. Boah, ich hab's verkackt. Du bist halt einfach zu fokussiert. Du hast jetzt so voll den Zombie blickt. Auf dem Hut. Ja, ich wusste nicht. Ich bring euch alle um. Jetzt, das wird's. Ich komm so rein. Aber dann, das ist voll zu schwer für dich. Nein, nein. Ist super für mich. Uh, hab's verkackt. Mann, das war so gut. Meine Füße kratzen. Warum kratzt meine Füße? Ah! Ah! Okay. Kann ich bemerken. Nix leichter als das. Hab schon wieder alles vergessen. Was? Kann man nehmen, oder? Komm, wir belassen es dabei. Wir haben noch einen neuen Transport. Hey! Success! Wie lange haben wir jetzt gebraucht? Alter. Eine Stunde? Kannst du noch ein bisschen weniger sein? Noch mal 20. 15 Minuten. M-m-m-m. Bist du so weird? Das macht's nicht besser. Okay, komm. Was haben wir als nächstes? Zeig mir. Genau, den machen wir noch. Den kenn ich sogar. Oh, schon wieder diese Bewegung. Nein, Scheiße. Meine Füße kratzen so. Ah! Warum denn? Ich mach so jetzt. Ah, nee. Nicht YouTube Space. Die haben mich nicht eingeladen. YouTube Space, falls ihr das seht. Ladet mich eins nächstes Mal. Ich hab doch sonst auch immer Einladungen bekommen. Was ist los mit euch? So, wir sind jetzt am Musical.ly 2 angekommen. Ihr seht schon. Wir sind jetzt voll drin. Das ist so ein Pärchen-Ding. So. Let's get Nadia. Ich muss ja nix machen. Dann muss so ein Gigolo-Lächeln drauf haben. Baby, f*** me. Und dann? 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 Nee, wir müssen schon in die richtige Richtung gehen. Ja, du gehst auf meine Seite. Nein, ich hab nur hier mein Platz. Ja, aber guck mal. Wir fangen so n... Nein, du musst jetzt hier rüber. Warum? Geh dir rüber! Den guck ich dir doch an! Hau dich auf den Kopf! So, dann bin ich cooler. Dann laufen die mit ihrem Rucksack nach vorne. Und dann laufen die mit ihrem Rucksack nach rechts. Aber die drehen sich auf die Seite. Das ist kein Rucksack! Nein, doch. Die haben alle Rucksack auf. Guck's. Die machen so jetzt. Guck doch mal auf mich an, statt auf dieses dumme Video, Alter. Guckst du die ganze Zeit bei denen? Guck, die machen hoch. I don't know. That escalated quickly. Kann ich sowas, Timo? Ah, da ist es doch! In der Show! Ja, sowas will ich sehen. We go. Ich mach einfach so, da sehe ich so aus wie Magic Mike. Sie ist so voll drin. Ist mir voll egal, was ich rede. Ich kann nicht! Ey, was ist jetzt so lustig daran? Da war nix lustig. Außer, vielleicht mein Gesicht. Jetzt kommen hier noch Zuschauer dazu. Ja? Das wird richtig peinlich, ey. Mach einfach meine Cap runter, dann ist alles okay. Das ist wirklich so mystisch. Ey! Das war sowas so erotisch, wirklich. Das hat doch viel später angefangen. Du musst auf Timer machen. Ach, Schatz, Mann. Du rastest aber auch echt nicht. Du musst immer wieder neu auf Timer draufdrücken. Hör, wie exakt das hier ist, ey. Ah, ja. Juhu! Mach ich jetzt auch sonst nicht mehr weiter vorne. Einfach nur, weil ich keinen Timer angebracht habe, Leute. Los! Fünf! Wie ist das einfach mal kap! Mach doch einfach weiter! Schatz! Schatz! Das sieht so scheiße aus, ey. Ja, ich glaube, wir machen einen anderen. Nein, wir machen die... Ey, nee, das ist... Wir kriegen das nicht hin, Schatz! Ey, mach dich zuerst bleiben, krass! Lass mir mal genug Platz jetzt! Ey, aber... Wir sind näher dran! Das raffst du nur nicht! Ja, dann geh weiter zu... Ist das irgendwie falsch, würde ich da machen? Ja, wir sind da nicht im Takt drin, wie die. Schau, ob irgendwas irgendwo inzwischen... Bei diesem... Nein, nein, nein! Müssen wir dieses... Machen. Okay. Sagt irgendwas und hofft, dass ich es vielleicht verstehe. Ja. Du hast es nicht verstanden, gell? Ey! Oh mein Gott! Ey, Leute! Was war das falsch? Ahhhh! 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 Wally, ich bin noch ready! Ich schwitz mir in Arsch, Alter! Mir ist so heiß! Ahhhh! Guckt ihr es an, wie goddamn scheiße ich aussehe! Vivi ist auch ein bisschen zu nah dran. Ja, sag dich! Nein! Wir müssen aber so nah dran sein! Oh, nur weil... Die sind ja... Ja genau, das sag ich die ganze Zeit schon! Okay, dann mach ihn doch alleine! Ja, okay! Wuhu! 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 Das hast du aber echt gut drauf gehabt! Du, du, du! Du! Wuhu! 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 Samstag bei einem neuen Video! Wuhu! 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 Wuhu!